Hallo, ich bin Roland Augustin vom Saarlandmuseum in Saarbrücken. In seiner alten Sammlung und in der modernen Galerie beherbergt das Museum umfangreiche Sammlungen zur Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Wir haben für euch Daten aus unserer Bestandsdatenbank zur Verfügung gestellt, die einen Querschnitt durch die Sammlungen in unterschiedlichen Gattungen zeigen. Ihr findet Malerei, Skulptur, Grafik und Fotografie zu insgesamt über 1000 Werken. Es handelt sich um Bild- und Metadaten der urheberrechtsfreien Werke. Wir haben sie vorbereitet für die Portale Deutsche Digitale Bibliothek und Europäaner. Anschauen könnt ihr sie bereits im Portal Bildindex. Ich fände es interessant, die Daten so auszuwerten, dass man einen grafischen Überblick, zum Beispiel den Kurvendiagramm herstellt, etwa anhand der Kriterien Datierung und Bildgattung. Wahrscheinlich fallen euch noch viele weitere spannende Dinge ein. Ich bin sehr gespannt darauf und freue mich drauf. Bis dann!